Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge oder Video auf meinem Kanal. Heute ist der Togo Away dabei. Hallo. Hi. Okay. Hoffentlich gewinnen wir auch noch. Und wir spielen gerade Bad Wars. Bad Wars und... Boah, Alter, mein Internet ist nicht geistig. Boah, scheiße, ich bin so gut, Alter. Ich bin so gut. Ja. Ja, gut, geh. Erlass dich zu der Mitte bauen, oder? Die sollen sich zu uns bauen. Ich hab hier fünf Weisen weg. Hoffentlich wird mein Internet nach der Zeit ein bisschen besser. Alter, what the fuck. Kommt da jemand? Nee, der kommt keiner. Ich bin richtig geil ausgerüstet, muss ich hier sagen, Alter. Habst du noch in der Mitte? Was? Der Gold sammelt. Ja, okay. Ich hab jetzt noch mal Gold. Ich hab hier Gold. Ja, es lebt... Oh, hä? Ich wurde... Ich denke, die kommen. Geil, Alter. Wie bin ich? Hey, lol. Oh, ich hab den Bogen, ne? Abschießen. Oh, ja. Tolle Runde. Hey, Junge, was ist das? Das war die... Vielleicht. Das wär krass. Okay, äh... Du bist bei mir unsichtbar, Alter. Geil, das ist immer so, Alter. Weißt, irgendwie... Am Anfang, wenn du... Wenn jemand stirbt bei mir, dann ist er meistens irgendwie unsichtbar. Aber die anderen... Wen spielst du? Bitte? Welche Version? Äh, 1.8. Also, 1.8. Ah, 1.8. 8.8. Komisch. Guck mal kurz, ob ich mir zu... Ich seh deine Spuren halt, wie du läufst. Aber du bist bei mir unsichtbar. Richtig geil. Und mein Internet hat sich sogar noch, ähm... Äh, für... 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 Hoffentlich wird's nicht schlechter. Das... Das wäre traurig. Jetzt bist du wieder sichtbar. Gut, wir können dann zum Team Rot kommen. Brauchst du dich schon mal hin? Ich baue mich zu den Gegnern. Ja, genau. Komm, dann. Allein... Warum spiel ich ja nicht mit dem Default Pack? Oh, God, damn it! Äh, Team Rot ist eh schon am Arsch. Ja? Team Rot ist schon weg. Oh. Aber siehst du mehr Vorteile und mehr Eisen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Was hast du gemacht? Alter, bist du verreckt? Bist du gestorben? Ja, ich... Der Weg wäre komplett. Ja, genau hier, Alter. Ja, ne? Ich muss erst zum Essen besorgen. So, Essen, Essen, Essen. Was hast du eigentlich jetzt bedacht? Achso, du bist noch bei uns? Ja, weil Team... ...Pink... ...Türkis kommt zu uns, also... Achso, ich komm. Aber die werden auch von Gelb angegriffen. Okay. Weiß, das wird nun keiner gekampft. Weiß nicht. Ja, nein! Hey, Junge! Was ist das? Ey, jetzt wurde ich wegen dem Scheiß... Ich bin in den Block geglitscht und bin zur Seite ge... Äh... Hä, das ist... Du wirst nicht mal schnell aus. Dann bin ich irgendwie raus. Irgendwie, keine Ahnung. Ja. Ist irgendwie komisch. Rauslusten. Aber sowas passiert mir irgendwie öfters auf Gommel. Keine Ahnung. Ach. Ja, ich glaube, ich krieg das Bett. Du glaubst, aber... Ja, also die können ja kommen und nicht töten. Warte, ich komm auch. Okay, ich hab das Bett. Nice! Als Türkis müssen wir einmal töten und weg sind. Dann sind sie weg. Hey, Junge, was ist jetzt passiert? Los! Hey, der leckt bei mir. Achso, das bist du! Ich volle... Und ich greif dich an, Alter. Ich bin auch so blöd im Kopf, Alter. Äh... Alla, ich bin ja auch der größte Vollsparkoi. Wir gehen mal zu Team Rot, so dass wir... Ja, ich glaube, unser Bett steht noch rum. Ja, das... Unser Bett steht noch rum. Weil da sind auch... Oh, nee, nicht. Oh, wie du wiegst doch aus. Bist du schwarz oder bleibst du hinten? Keine Ahnung, lass du schwarz... Äh, lass zu... Ähm... Hä, Team Rot lebt... Achso. Lass das Bett auch bauen für Punkt. Guck mal, das ist so geil, Alter. Weil die... Team Rot ist ja gelieft, weißt? Weil er nur einen Spieler hatte, oder? Ich weiß es nicht. Und das Bett ist immer noch da, gell? So. Jetzt ist es aber weg. Oh, 21 Gold. Ich hab 21 Eisen. Dann hol ich mir mal was. Hey, unser Bett ist das letzte, was steht. Nein, unser Bett wird abgebaut. Yep. Fuck. Ich mit so orange. 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 Oh, scheiße, ich... Ja, ich bin tot. Geil, Alter. Ich hab grad eingekauft. Oh, pass auf, pass auf, bitte. Ah, das ist weg, so. Wann bist du? Ach. Ich muss endlich rein, so. Ich glaube, die machen das da wohl, die Team schwarz. Da störe ich sie nicht bei. Misch dich nicht ein, am besten. Hey, wenn die das Bett abgebaut haben, kann ich schön die restlichen fertig machen. Wenn die nicht sterben. Ach, das Bett ist ja weg. Und noch eins hier. Das Bett ist weg? Ja, der hat einen Toten. Man, der ist doch gerade. Der will sterben, glaube ich. Der ist da. Der kommt, gell? Der andere Geld bekommt. Oh, fuck. Ach, krass, es gibt... Bei mir wird noch... Anja, scheiße. Echt? Naja. So eine schöne erste Aufnahme. Ja, richtig geil. Ja, Leute, das war's jetzt mit dieser Runde. Ja, würdest du auch was sagen? Naja, für... Geht alle auf die Faulist.net? Ja. Ja, okay, die IP, ähm, werde ich noch unten in der Videobeschreibung, ähm, nochmal... Tschüss. Tschüss. Hey, Leute, ich bin's noch hier mal kurz. Ähm, ich wollte nur fragen, wenn jemand, äh, Interessant da kann, könnt ihr mir eins erstellen und mich dann über Skype kontaktieren? Ich, ähm, ich verlinke dann nochmal meinen Namen in der, in der Videobeschreibung und noch nochmal von mir aus. Tschüss. Tschüss.